Wir werden immer wieder gefragt, ob es nicht gefährlich ist, mit dem Auto durch ein Gewitter zu fahren und dann vom Blitz getroffen zu werden. Aber in einem Auto aus Metall ist man vor Blitzeinschlägen geschützt. Es ist also sicherer, im Auto sitzen zu bleiben, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Bei einer geschlossenen Hülle aus Metall ist der innere Bereich stets feldfrei. Man nennt dies auch einen Faraday-Schen-Käfig, benannt nach dem englischen Physiker Michael Faraday, der die für das Verständnis nötige theoretische Grundlage beschrieben hat. Im Labor haben wir diese Situation mit einem metallischen Käfig nachgestellt. Oben eine Stange als Blitzfänger und unten statt der Räder Stützisolatoren. Unsere Spannungsquelle liefert Wechselspannung bis 800.000 Volt. Das ist zwar nicht so hoch wie die Spannung in der Wolke gegenüber der Erde, aber für unser Experiment mehr als genug. Die Ströme, welche nach dem Blitzeinschlag fließen, sind ebenfalls kleiner als bei einem Gewitterblitz. Aber dafür können wir den Strom länger fließen lassen, um den Blitz bzw. den danach entstehenden Lichtbogen besser sehen zu können. In unserem Experiment wird eine mutige Testperson in einen metallischen Käfig gestellt und muss sich zum Schutz Kopfhörer aufsetzen. Nun kann die manuelle Erdungsstange entfernt werden. Nach dem Öffnen der automatischen Erdungsstange kann die Spannung am Transformator langsam hochgefahren werden. Ist diese Spannung hoch genug, kommt es zum Überschlag, dem Blitzeinschlag auf den Käfig. Dass der Strom wirklich durch den Käfig fließt, sieht man daran, dass an Blitzfänger oben und an den Stützisolatoren unten ein Lichtbogen brennt. Die Testperson selber bleibt vom Stromfluss unbeeinflusst. Nachdem alle Erdungseinrichtungen wieder zugeschaltet sind, kann die Testperson aus dem Käfig befreit werden. So ein metallischer Käfig schützt nicht nur vor Blitzeinschlägen, sondern schützt auch vor anderen Störungen. In unserer Forschung machen wir teilweise sehr empfindliche Messungen und die müssen vor Umgebungseinflüssen wie Radio-, Funk- oder Handystrahlung so gut wie möglich abgeschirmt werden. Unser Labor ist daher ebenfalls als faradäischer Käfig gestaltet, mit einer Lage Streckmetall auf dem Beton und einer zusätzlichen Lage Aluminiumschirmung.